So, hier haben wir ein sehr nettes Teil von Steel Toys, wenn man mal wieder Lust darauf hat, etwas kaputt zu machen. Und zwar einen hübschen Eierquetscher. Und ja, da ist genug Platz für die zwei hübschen, runden Teintchen. 8 x 6 cm, da kann man viele, viele, viele Sachen durchschieben. Und ja, der lässt sich dann Stückchen für Stückchen immer weiter zudrehen und zudrehen. Man kann allerdings nicht nur eine der Dich schieben, sondern auch den Schwanz oder alles zusammen. Oder, was ich auch ganz toll finde, man kann die Wichsgriffel dazwischen klemmen. Dann hat sich dieses leitige Thema auch erstmal erledigt. Und ja, es lässt sich auf jeden Fall sehr gut, sehr feststellen. Wenn man so einen Slaven zu Hause hat, dem die Zunge zu locker sitzt oder der einem immer ein Kotelett an die Backe labert, dann kann man auch die Zunge einklemmen. Und ja, wenn man das auf jeden Fall sehr gut feststellt, kann man dieses Teil auch als Anhänger benutzen. Und zwar kann man dann noch zusätzliche Gewichte dranhängen. Es eignet sich perfekt dafür. Also auch wenn man die Zunge eingeklemmt hat, kann man hier noch schön in einem Wasser oder so dranhängen. Das hält auf jeden Fall. Der ist nämlich schön aus Metall, sehr stabil, sieht sehr geil aus und erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck.